Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lumberjacks Dynasty. In der letzten Folge haben wir es endlich geschafft, die... Wir müssen aufpassen, ich habe gar keine Lust den Traktor hier im Wasser zu versenken. Wir haben es geschafft die ersten Bretter zu produzieren und haben hier einen Stamm vergessen, was ich mir natürlich gemerkt habe und nicht gerade zufällig gesehen oder so. Nicht, dass ihr denkt, ich würde hier so einen Baumstamm vergessen. Komm schon. Los. Schwimm, mein Baby, schwimm. Okay, es schwimmt. Ja, wir haben die ersten Bretter produziert, endlich. Wir haben kapiert, wie es funktioniert mit unserer schönen Anlage hier. Haben auch rausbekommen, dass wir unsere gute Christine ab und zu mal volltanken müssen. Aber alles zu seiner Zeit, wir hatten noch 88% Reibstoff. Wir machen jetzt noch schnell unser Lager leer mit den Rundhölzern hier. Damit die alle schön zu Brettern werden. Und dann gucken wir mal, dass wir eventuell zur Botanikerin Lili machen. So ein kleiner Kräutertee zwischendurch, wäre doch was Schönes. Und generell hätte ich ganz gerne die Quests abgearbeitet. Wir haben nämlich gar nicht mehr so viele. Drei Stück noch, Investor, Botanikerin und eine Bleibe. Ich weiß gar nicht, was wir an unserer Bleibe alles noch reparieren müssen, aber so viel dürfte es nicht mehr sein. Und dann gucken wir mal, dass wir die ersten Bretter verkaufen. Wir haben die nämlich schon in der Trocknungsstation drin. Wisst ihr ja, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt. Bin mal gespannt, wie lange die brauchen zum Trocknen. Ich hoffe nicht so lange. Und dann würde ich die ganz gerne verkaufen. Oder wir schauen, was wir mit den guten Dingern anstellen können. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Oh, schaut mal hier schon die Spuren, die wir hinterlassen haben. Die Bremsspuren in unserer Boxershorts meine ich natürlich. Nicht die hier am Boden. Bei so viel harter Arbeit kann das schon mal passieren. Kommen wir da jetzt noch ran? Ja, aber ich glaube an die hintersten. Die werden wir wahrscheinlich nicht mehr erreichen. Da müssten wir eventuell doch nochmal anfangen, den ganzen Spaß nach vorne zu schieben. Kriegen wir noch eins? Nö. Okay, einmal aussteigen und der lässt mich nicht aussteigen. Also das finde ich ein bisschen doof. Der wird doch auch von der anderen Seite absteigen können. Aber das sieht das Spiel nicht ein. Das hat man einmal so schön direkt daneben gehalten. Jetzt muss ich hier wieder rückwärts fahren und fahre bestimmt die Mauer an. Ich komme hier nicht mal rein. Ach na super, jetzt muss ich drinnen über die Förderanlage laufen. Wer hat sich denn den Spaß ausgedacht? Hm. Das ist nicht so ganz durchdacht, glaube ich. Nö, dann müssen wir hier außen die Treppe hoch, damit wir auf die Förderanlage oben drauf kommen. Ach ne, wir kommen nicht mal oben drauf. Hier kommen wir hier drauf auch nicht. Also müssten wir die Treppe hier hoch. Na? Um dann... Ne, auch hier kommen wir nicht drauf. Aber wir waren auf jeden Fall schon mal da drin. in unserem Lager. Einen Weg scheint es zu geben. Aber ich glaube, das ist einfach generell auch nicht so gedacht. Ach, hier drüben. Okay. Was haben wir denn hier eigentlich? Können wir hier noch was umstellen? Nö. Dann hier drauf. Okay. Ja, ich glaube, das ist eigentlich nicht beabsichtigt. Ach nein, hier kommen wir ja gar nicht raus. Hä? Okay, jetzt verstehe ich es wirklich nicht mehr. Also wieder raus aus der ganzen Anlage hier. Auf den Traktor springen. Geht auch nicht. Anpacken kann ich es aber auch nicht von hier. Ja, schöne Sache. Dann müssen wir tatsächlich mit Baugerüst aufs Dach um dann vom Dach da rein zu springen. Ich glaube, so sind wir das letzte Mal da reingekommen. Also das macht keinen Sinn. Ich glaube, das ist ein kleiner Fehler vom Spiel. Aber egal. So ist es halt. Hauptsache, wir können es wieder beheben. Und ich kriege die nicht bewegt. Also doch, aber nur ganz wenig. Komm schon. Und du auch noch. Wir haben leider nicht genügend Kraft, um die selber anzuheben. Okay, so sollte es ja erstmal passen. Und falls bleiben halt zwei, drei Stämme drin. Das ist mir jetzt gerade auch egal. Hauptsache, wir kriegen die. Hey, warum greift er die nicht? Jetzt. Dich noch. Ach, auch das wird zu knapp, ne? Tatsächlich. Also das ist ein bisschen doof gemacht. haben wir richtig doof gemacht. Ein Silo, das wir nicht, oder ein Lager, das wir nicht ordentlich ausschöpfen können, weil es zu groß ist für unseren Greifarm. Also entweder kriegen wir wirklich noch einen richtig, richtig langen Greifarm im Verlauf des Spiels oder ich weiß auch nicht. Wir haben die Anlage jetzt sowieso erstmal umgestellt, dass sie direkt zu Brettern verarbeitet werden. Ich würde mir mal schnell den Gabelstapler schnappen, damit die Produktion hier weiter geht. Natürlich auch doof, dass hier bloß eine Palette hinpasst, aber naja. Müsste ja dann bald die nächste nachrutschen, oder? Jo, also nicht nachrutschen, sie beamt sich einfach dahin. Ist nämlich eine sehr futuristische Trocknungs, nicht Trocknungsbretteranlage, aber wir fahren jetzt in die Trocknungsanlage. Die stellen wir ab. Packen Nummer 4 noch rein, sind jetzt hier oben schon trocken. Woran erkenne ich das denn? Jo, erkennt man einfach nicht. Ich hoffe mal, dass die hier wirklich von alleine trocknen, nicht, dass wir das noch anstellen müssen. Huch. Hm. Da finde ich, erklärt das Spiel etwas wenig. Am Anfang hat es ja doch relativ viel erklärt, wie wir Sachen machen müssen, aber jetzt, wenn es hier ums Hauptsächliche geht, kommt leider gar nichts mehr an Tipps. Uh, etwas schnell reingefahren. Aber wir sind halt auch Profi, ne? Gabelstaplerfahrer Klaus sind wir. Wir wissen genau, wie wir mit dem Ding umzugehen haben. Und Nummer 4. Komm, fahr die da rein. Jetzt aber. Zack. Ja, steht nicht perfekt drin, aber Hauptsache es steht drin. Okay. Wir gucken mal ganz schnell hier ins Innere von dem... Äh, hallo? Nur weil wir dagegen gelaufen sind. Stell dich bitte gerade hin, danke. Ich glaube, das Spiel möchte uns mitteilen, dass wir zu dick sind. Hier, können wir das anstellen? Gibt's hier was? Trocknungsanlage. Hier an gelieferter Holzplatten werden relativ schnell getrocknet. Wissen wir ja. Bretterkiste, Bretterkiste, Bretterkiste. Da sehen wir die Feuchtigkeit. Ja, 199 werden ja richtig schnell getrocknet. Hat das Spiel ja gar nicht gelogen. Hier oben haben jetzt schon 1% verloren, oder wie? Uh, das ist ein bisschen viel Info auf einmal. Ja, hier oben haben 1% Feuchtigkeit verloren. Naja, dann lassen wir die mal noch schön weiterarbeiten. Mal weiter trocknen, aber ich glaube, wir haben den Gabelstaat da zu nahe gestellt, so dass die Dinger nicht runterfahren. Ah, gar nicht gut. So passt es. Wir liefern jetzt die Baumstämme noch ab im Wasser und dann haben wir es schon wieder Zeit, um mal eine Runde schlafen zu gehen, weil der ist doch schon ganz schön ermüdet hier und nicht, dass der uns noch vom Hocker fällt. Gehen die noch oben drauf oder ist hier Oh jetzt, okay. Musste Poseidon erstmal ganz kurz Hand anlegen. Wir fahren wieder schön nah ran und liefern die Stämme hier ab. Nummer 1 und Nummer 2, 4 Stück hatten wir. Es sind zwar noch ein paar im Lager drin, aber die würde ich dann ganz gerne per Hand dort raus schiffen. richtig schön schiffen. Einfach pinkeln, so ein doller Strahl, dass die von alleine rausfallen, die Stämme. Nein, die würde ich gerne per Hand dort raus ausfiltern, heraus tragen, damit wir nicht ganz so nah ranfahren müssen mit unserem Hänger beziehungsweise wir die halt überhaupt kriegen, weil jetzt aktuell ist halt tatsächlich nicht viel mit mit einsammeln von den Teilen. Ich schnappe uns nochmal kurz den Gabelstapler, weil wir haben hier noch eine Palette voller Brettern und eventuell also ich möchte die Nacht nicht verschwenden, wenn wir jetzt schön 8, 9 oder 10 Stunden schlafen. Dann wäre es sehr schade, wenn hier eine nasse Palette steht, die in der Zeit nicht trocknet. Und wie sieht es denn mit den Brettern eigentlich aus? Zeigt mal her hier. Öffne es. Ach, zeigt es uns beim Fahren nicht an. Wir sollen uns anscheinend auf die Straße konzentrieren. Ich verstehe gar nicht warum. Ah, immer ein bisschen doof hingestellt. Dann fahre es keine zweite mit rein. Machen wir es lieber so. Ach, Mist. Wieder genau davor geparkt. Ist auch ein bisschen doof, dass es dann nicht zugeht. Wäre schön, wenn das Spiel versteht, ob wir gerade drin sitzen oder nicht, aber naja. Wie sieht es denn aus? 99 und 99, die beiden unten 100 und das wird ja auch noch 100 haben, natürlich. Gut, reicht für heute. Wir haben Feierabend kurz nach halb sechs, 17 Uhr 37, um genau zu sein, schon wieder sieben Überminuten gemacht. Denn die Schicht war nur bis 17.30 geplant. Und dann fahren wir schön in unsere Bleibe schlafen mal eine Runde. dann würde dann würde ich sagen, gucken wir, wie das mit der Feuchtigkeit von den Brettern aussieht. Und falls sich da immer noch nicht viel getan hat, schauen wir mal, was wir hier an unserer Bleibe noch reparieren können, damit wir auch endlich mit Ergfest fertig werden. Huch! Da habe ich einmal die Maus etwas zu doll angestoßen. Lagerfeuer brennt immer noch, hinsetzen können wir uns immer noch nicht. Wir machen es mal aus. In so einer Holzhütte gar nicht mal so geil so ein Feuer, was nicht beobachtet wird. Und Tür zu und dann legen wir uns schlafen und schauen mal. Erstmal können wir gucken, zu welcher Uhrzeit wir überhaupt aufstehen. Punkt um sechs, okay. Zählt zwar gar keinen Wecker, aber der hat anscheinend eine gute innere Uhr. 41.000 Sozialpunkte mittlerweile. Das ist echt der Wahnsinn. Ich laufe mal schnell zum Sägewerk rüber, müssen wir jetzt nicht extra die Christine nehmen. Kostet alles nur unnötig Sprit. Und davon haben wir nicht unendlich. Wir können wieder wie so ein kleiner Karnickel springen. ein kleines Kartikel. Äh, ja, genau, ich lasse es einfach. Ich sollte heute nicht mehr reden. Und wie sieht es aus? 95, 94, 93, na Mensch, also braucht der Spaß nur ungefähr knapp zehn Tage oder so. Unser Gabelstapler ist anscheinend nicht ordentlich ausbalanciert, jetzt aber. Dann reparieren wir jetzt unsere Bleibe. gucken nochmal kurz was da kaputt ist, damit wir die Quest hoffentlich bald abschließen können. Und wenn das getan ist, machen wir dann mal zur Botanikerin Lilly und schauen mal, was sie für schöne Kräutertees im Angebot hat. Was ist denn jetzt überhaupt noch kaputt? Also das Ding ist ganz. Ich glaube fast, dass es nur noch Zaun ist, oder? Gewächshaus ist ganz. Was haben wir denn hier? Platziere Bienenstock, 250 Euro, nö. Na gut, einen machen wir, aber nicht alle drei. Wir haben nicht so viel Geld. Zu verkaufen Schild, ja, ich möchte das auch gerne abnehmen. Es nervt mich, dass das Spiel mich immer wieder daran erinnert, dass hier ein Zu verkaufen Schild steht. Eine Vogelscheuche kostet 150 Euro. Was ist das für eine Vogelscheuche? Kann die nebenbei noch singen und hat Alexa integriert oder was? Vergisst es. Vergesst es. Machen wir nicht. Hm, ich weiß gar nicht, was wir noch reparieren sollen. Das ist unser Häuschen. Was stand denn da gerade? Ach, hier können wir kochen, genau. Und unser Häuschen haben wir eigentlich fertig repariert, auch im Keller, oder? Lass mich nochmal kurz in den Keller gucken. Hier kannst du Lebensmittel oder überflüssige Gegenstände aufbewahren, werden von deiner Frau zum täglichen Kochen verwendet. Ich hab doch gar keine Frau. Also wir brauchen unbedingt eine Frau, die kocht dann für uns. Sehr, sehr altmodisch hier. Aber trotzdem nett. Also unsere Bleibe ist fertig. Hier drüben ist der Tierstall glaube ich. Oder? War das das Ding? Ne, das war einfach nur ein Lagerhaus. Lagerhaus ist aber auch finito. Wir haben das Ding auch fertig. Das sind unsere Gewächshäuser. Hier drüben war die Werkstatt. Die Werkstatt ist auch fertig. Gibt nichts weiter zu reparieren. Hier drüben war der Viehstall. Den haben wir auch fertig. Da hinten ist noch was rotes glaube ich. Ne, das ist bloß die Brücke. Ich verstehe nicht, was wir noch reparieren sollen. An unserer Bleibe wir haben alles repariert. Reparier alle Hofgebäude. Und das hier ist alles was es umfasst. Und hier hinten sind ja keine Gebäude mehr. Hm. Ich weiß wirklich nicht was wir noch reparieren sollen. Wir haben alles repariert. Waren wir bei dem Ding schon auf dem Dach oben drauf? Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung dass es uns das anzeigen würde von unten. Ich baue hier gern noch mal was hin. Gar kein Problem. Kostet ja nichts. Außer vielleicht unser Leben, weil wir runterstürzen. Aber was hat schon so ein Leben für Bedeutung? Es geht hier schließlich nur um materielle Werte. Na komm. Och come on bitte. Lässt uns gar nicht aufs Dach. Wir können es nicht reparieren. Tut mir leid. Ich habe alles versucht. Machen wir hier solche waghalsige Aktion. Nagelpistole. Aber ist fertig. Wie weit geht denn hier drüben sind die Nachbarn und hier ist Schluss. Oh schaut mal ein kleiner Hirsch. Hatten wir ja letztens erst einen gerettet. Ist zwar schon ein paar Folgen her, aber ich bin immer noch stolz drauf. hier hier Dach ist auch ganz von den Tieren das Häuschen drüben haben wir auch fertig repariert. Vom Zaun her sehe ich nichts weiter. Also ich weiß wirklich nicht was wir noch tun sollen. Gehen wir noch ein bisschen in die Richtung hier hinter. Vielleicht haben wir ja doch noch Zaun. Den Zaun hier hatten wir repariert. Hier haben wir auch bloß wieder Bienenstöcker. Brauchen wir alles nicht. Hm. Das finde ich etwas Schade. So ähnlich wie der eine Busch den wir nicht gefunden haben. Dass das Spiel da nicht mal ein kleinen Hinweis gibt was denn noch gemeint ist. Ich würde es ja gerne reparieren aber ich weiß nicht was ich reparieren soll. Hm. Mehr Gebäude haben wir ja hier nicht. Ich schaue noch mal kurz bei unserer Bleibe nach. Gewächshaus sieht auch gut aus. Saatgutlager benutzen. Gelagert im Gewächshaus. Was heißt wenn wir jetzt benutzen sagen? Die jetzt einstecken? Ach ne wir können die jetzt pflanzen. Pflanze Zorini. Okay. Wie viel haben wir denn? Wir haben eine ganze Menge. Dann würde ich sagen machen wir mal eine Reihe Zorini hier. Wusste gar nicht dass wir es schon benutzen können aber okay. Dann machen wir das natürlich obwohl der Hunger bis jetzt tatsächlich Nebensache ist. Zwei haben wir noch da passt das doch. Dann haben wir hier eine Achso wir müssen gar nicht jedes Mal hin. Dann haben wir eine Reihe Zorini dann machen wir hier drüben nochmal was haben wir noch schönes Tomatensetzlinge eins zwei drei vier fünf und hier noch eins zwei drei vier fünf dann haben wir die alle verbraucht dann hätte ich noch gerne was acht Stück ist eine ziemlich komische Zahl passen nämlich immer nur fünf hin na dann machen wir hier einfach nochmal fünf Kürbisse eins zwei drei vier und fünf hier haben wir nochmal eine 10er Reihe und eine Fünfer Reihe dann machen wir noch zehn mal Paprika eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn und in die Fünfer Reihe packen wir noch fünf Melonen haben wir jetzt zwar nicht alles benutzt aber das reicht ja erstmal aus mal gucken ob die noch Liebe und Zuneigung brauchen was haben wir laufen hä ist jetzt eine kaputt gegangen oder hatte ich eine vergessen hm ist zumindest nichts anderes kaputt also gehe ich mal davon aus dass ich es nur vergessen habe hier haben wir jetzt alles gemacht okay dann gucke ich nochmal kurz in unsere Bleibe weil das wäre das einzige bei der ich mir denken könnte dass da vielleicht noch ein kleines Brett gefehlt hat achso wir haben ja Terrasse oben und unten ich hatte mich ja das letzte mal gewundert dass die wieder kaputt war aber das war die unten und die oben hatten wir glaube ich fertig bequemes Bett ja kennen wir alles Terrassentür lassen wir offen vielleicht kommen ja ein paar Einbrecher brennen den ganzen Spaß hier ab dann können wir von der Versicherung uns eine halbe Million wiederholen und bauen auch fertig gebaut der ist auch fertig gebaut das war unser Bad das war schon komplett renoviert und damit sind wir durch mit den Räumen hier oben ja ich weiß es ehrlich gesagt nicht was noch fehlt mal schauen hoffentlich finden wir es in den nächsten folgen raus ich bedanke mich erstmal fürs zuschauen und dann sehen wir uns morgen 20 Uhr wieder macht 's gut